Herzlich willkommen bei Unicorn Ideas, das Format, in dem Alex und ich über die Startup-Szene reden und sich am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, die du klauen solltest. Heute sitze ich nach kurzer Abwesenheit wieder in Berlin gegenüber dem Podcast-MVP Alex. Alex, ich freue mich auf unsere Folge. Wie geht es dir? Podcast-MVP. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mir dieses Attribut wirklich verdient habe. Ich nehme es mal als freundliche Begrüßung. Warte mal, wir waren Platz 9 in den Schweizer Podcast-Charts im Business oder so. Also eigentlich doch schon. It's getting real, Samuel. Wir kommen dahin, wo wir hingehören. Unser Platz an der Schweizer Sonne rückt immer näher, aber noch sind wir nur in den Top 10 und nicht auf Platz 1. Das ist natürlich das Ziel dieses Jahr. Wobei, du hast mir doch letztens die Charts geschickt. Da waren wir auch in Deutschland dann ziemlich gut gerankt oder so in den Entrepreneurship-Charts oder sowas. Ja, in Deutschland sind wir immer schon ganz gut. Da sind wir immer so einer der Top 10 meistens, manchmal auch höher. Die Schweiz haben wir nie geknackt. Und deshalb natürlich, seitdem habe ich ja den Schweizer Startup-Guru Samuel eingewechselt hier in Unicorn Ideas. Und seitdem läuft es auch in der Schweiz. Also du bist der Rainmaker. Also weißt du, ich muss einfach meinen Dialekt ein bisschen anpassen, wenn ich Deutsch spreche. Und dann ist das auch ein bisschen sympathischer für alle Schweizer Hörerinnen und Hörer, oder? Ich mag diesen Dialekt, ganz ehrlich. Also ich könnte nur so ein bisschen Rheinländisch. Ich weiß nicht, ob das auch... Nee, das hört sich aufgesetzt an, wenn du das machst. Das mögen wir gar nicht. Wir mögen das auch gar nicht, wenn die Deutschen versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen bei uns. Ach du meinst, okay. Das ist immer so, ja. Aber wir könnten mal, ich mal machen, eine Folge im Heimatdialekt. Ich spreche auf so Rheinisch, so Düsseldorf, Kölsch, so Düsseldorfer, also jeder Düsseldorfer wird jetzt sagen, das ist kein Kölsch. Boah. Aber es hört sich für den Ungeübten gleich an. Und du machst Schweizerdeutsch. Aber es gibt auch Abstufungen im Schweizerdeutsch. Also wenn du mit anderen Schweizern redest, verstehe ich recht wenig. Aber wenn du mit mir Schweizerdeutsch redest, dann verstehe ich recht viel. Also du hast verschiedene Stufen, oder? Ja, I'm down for you, weißt du. Ich gehe da so auf Kindergarten-Lebo runter, damit ich das auch... Ja, Samuel, ich habe einen pickepackevollen Zettel mit Themen, ehrlich gesagt. Ich finde, das Jahr ist unheimlich interessant gestartet. Und eine Geschichte, die ich mit dir teilen will, oder eine Frage, die ich dir stellen will, ist, hast du mitbekommen, dass eine große Tech-Firma ein neues Produkt gelauncht hat vor wenigen Tagen? Ja, klar. Also das war ja... Also ich weiß nicht, welches das du meinst. Ich nehme aber mal an, es geht um Vision Pro von Apple. Ja. Oder? Ja, richtig. Darüber haben wir auch in der Folge gesprochen. Ich war ja super bullish auf das Produkt. Ich war dann so... Ich habe mir dann auch angeschaut, wie lange sind die Wartezeiten schon und so. Ich habe mir auch wirklich kurz überlegt, soll ich das Ding über meine Firma so als Arbeitsgerät bestellen? Irgendwie, meine Tante wohnt ja in den USA, dass sie mir das dann drüber bringt. Aber ich habe es jetzt doch nicht gemacht. Ich wollte jetzt doch erstmal die ersten Reviews dann im Februar abwarten, wenn die Leute das nutzen. Okay. Also krass, das wäre cool gewesen, hättest du es gekauft. Hätte ich gerne mal anprobiert. Also um ein paar... Also du hast natürlich völlig recht. Es ist das Apple Vision Pro. Für alle, die unter dem Stein leben und es nicht mitbekommen haben, es ist ein Virtual Reality, Augmented Reality Headset von Apple. Ja, much anticipated und ist jetzt für Vorbesteller gelauncht. Ich mache mal einen kleinen Preisvergleich. Also die Apple Vision Pro kostet ab 3.500 Dollar. Ja, das MetaQuest 2, also der Wettbewerber von Meta, ist eine Generation älter, muss man auch dazu sagen. Ja. Kostet aktuell 300 Dollar. Krass. Also weniger als ein Zehntel dessen. Ja. MetaQuest 2 hat bisher 18 Millionen Units verkauft. Ja, hat natürlich auch einige Jahre auf dem Buckel. Aber das Apple Vision Pro hat im ersten Wochenende 180.000 Units verkauft. Und wenn meine Mathematik mich jetzt nicht völlig versagt, wenn ich jetzt nicht völlig versage bei der Mathematik, dann sind das 630 Millionen Dollar Umsatz für den Tech-Giganten aus Cupertino. Ja. Ja, und vor allem, wenn man sich also überlegt, die haben jetzt halt schon 10 Prozent des Umsatzes gemacht, den der MetaQuest 2 gemacht hat. Wobei die MetaQuest 2 wahrscheinlich auch einiges günstiger in der Herstellung ist und halt die ganzen R&D-Kosten bei Apple jetzt noch anfallen. Aber das ist schon krass, dass die jetzt schon 180.000 Units verkauft haben. Bin zu viel. Ja, ich habe mich auch gefragt, ist das eigentlich viel? Ja, also es ist glaube ich viel. Also ich fand den Launch sehr leise. Ja, ich habe nicht viel davon mitbekommen. Ich habe das nur durch ein, zwei Newsletter mal mitbekommen, die es irgendwo so erwähnt haben, aber ich habe es nie gesehen. Ich glaube, also die Gerüchte Küche brodelt und die sagen, dass Apple hat Probleme bei der Herstellung und kann nur maximal 500.000 Geräte überhaupt liefern im ersten Jahr. Und es macht schon Sinn, dass die vielleicht nicht so auf die Marketing-Trompete gepustet haben, weil sie einfach nicht so viele Geräte haben. Aber ich will dir mal ein paar Beispiele geben, wie frühere Apple-Produkte sich verkauft haben am ersten Wochenende. Das iPhone 1 hat damals glaube ich nur 500 Dollar gekostet, was aber damals auch schon so ein Stickerschock, was viel teurer war als jedes andere iPhone, sorry, jedes andere Smartphone, was man kaufen konnte. Und das hat eine Million Stück verkauft. 2007 war das. Ein paar Jahre später, sieben Jahre später gab es schon das iPhone 6 und das hat 10 Millionen am ersten Wochenende verkauft. Und das iPhone ist natürlich der große, der Mega-Hit von Apple, ja klar. Aber ein Flop von Apple in den letzten Jahren, würde ich sagen, war der HomePod Pro. Kennst du den? Das ist dieser Lautsprecher, oder? Genau, das ist der Lautsprecher. Habe ich mir vor Weihnachten überlegt, mir zuzutun. Echt? Ach Quatsch, schau auf. Wahnsinn. Also das ist, für alle, die es nicht kennen, das ist letztlich wie, ja Echo heißen die Speaker von Amazon, wo dann Alexa drin ist. Google hat auch so eine Reihe und Apple ist da relativ spät in den Markt rein, gilt als einer von Apples letzten Flops, hat 600.000 Stück im ersten Quartal verkauft, als es gelauncht wurde. Ich glaube, es war 2018. Also man weiß es noch nicht so genau und ich habe jetzt mal eine These, die ich jetzt in den Raum stelle, ja, die ich gerne mal mit dir kritisch diskutiere. Und zwar, ich habe mir Gedanken gemacht, über was macht Apple eigentlich erfolgreich? Und als damals das iPhone rauskam, 2007, ich glaube, was ein, was, was total wichtig war für den Erfolg von Apple, war, waren die, war das, dass du diese Earphones hattest. Also damals war alles mit Kabel, ne? Also ich habe sie auch gerade dran, du siehst es hier, wir machen per Video. Das waren diese weißen Kabel, diese weißen iPhone Earpods, diese weißen iPhone Kabel. Und als du die, wenn du die drin hattest, dann wusste jeder da draußen auf der Straße, der hat weiße Kabel, der muss ein iPhone in der Tasche haben, ja? Weil alle anderen hatten schwarz, das war immer schwarz. Aber ein iPhone hatte diese geniale Idee, die weiß zu machen in seiner Farbe und habe dann natürlich sofort signalisiert. Dann konntest du nämlich signalisieren, ich bin cool, ich höre Musik, ja, ich habe irgendwie ein iPhone in der Tasche, ich habe weiße, weiße Kopfhörer, was man ja nie sehen würde, wenn du dein iPhone einfach in der Tasche hast. Da sieht man ja nicht, ob du ein iPhone oder irgendein Ericsson oder so ein olles Blackberry hattest. Und ich fand, das war so ein genialer Move. Und das hat mich zu der Überlegung gebracht, ich glaube, Apple ist immer dann erfolgreich, wenn es sexy in public ist. Ja? Und ich mache mal ein anderes Beispiel. Darf ich da ganz kurz, Alex? Ganz kurz, was ist denn mit den ganzen, ähm, nicht iMacs, wie heißen die Dinge heute? Äh, doch, heißen iMacs, oder? Also die Desktop-Computer von Mac, ja? Das sind jetzt dann nicht die total Hype-Produkte, wie irgendwie so ein iPhone oder ein AirPod oder sowas. Die stehen halt bei den Leuten zu Hause, sehen aber auch cool aus. Und ich glaube, die sind auch keine Ladenhüter, ja? Die laufen einfach gut und die machen immer wieder was Neues. Also das würde ja so der These so ein bisschen entgegensprechen, denn die sind ja nicht in public, sondern die sind bei dir zu Hause oder im Office. Okay, aber dann würde ich sagen, ich glaube, der Moment, wenn du jetzt einer, wenn du jetzt einer, einer von einem Date kommst und du bringst eine Dame nach Hause und da steht ein iMac, hat glaube ich trotzdem eine ganz gute Wirkung auf die Dame, als wenn da jetzt so ein olles Setup ständen würde. Ist ja jetzt ein bisschen weit hergeholt, ja? Also wenn bei einer zu Hause auch eine Vision Pro stehen würde, dann wäre ich erstmal so, ja, also sorry, you're not interesting anymore, ich will jetzt erstmal deine Vision Pro ausprobieren. Ich will meine Virtual Reality Girlfriend haben, aber ich mache mal ein anderes Beispiel, weil das ist schön, was du sagst. Das ist jetzt mit dem iMac zugegebenermaßen ein bisschen weit hergeholt, ja? Aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt bis in einem Coffee Shop, sitzt bei Starbucks und machst dein MacBook auf, weißt du? Und dann ist das Apple-Logo, natürlich ist das irgendwie cooler, ja? Natürlich sieht das irgendwie sexier aus. Eine Apple Watch zum Beispiel hatte auch, ist glaube ich, hatte auch das Problem, dass man es nicht so richtig sieht, ja? Aber ich mache noch ein anderes Beispiel. Apple hatte es geschafft, diese AirPods, ja, also die Wireless, die waren halt, so hast du die gerade drin, die waren mal vor einigen Jahren, waren die super uncool. Niemand wollte die und jetzt sind die halt irgendwie cool. Jetzt sind die eine fast so eine Art, wenn du die drin hast, dann ist es okay, dass du mit niemandem redest, das ist so ein Anti-Social-Device. Eigentlich so ein Corona-Ding eigentlich fast, ja? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ich finde, Apple ist immer dann gut, wenn sie Sachen machen, die sexy in Public sind, also potenziell sexy sind. Das ist eine sexy Marke. Und ich finde, mein Problem mit dem Vision Pro ist, das ist einfach kein sexy Produkt. Weißt du? Also stell dir mal vor, du läufst dann da rum und hast dann so ein Ding auf dem Kopf. Ich komme einfach nicht drum rum. Ich kann mich nicht in dieses Produkt verlieben. Vielleicht muss ich es mal anfassen oder mal aufhaben oder so. Aber für mich ist das ein ziemlicher Bruch, weißt du, in dem, was ich eigentlich cool und sexy an Apple finde. Okay. Also du, ich glaube, da hast du auf jeden Fall was mit deiner Hypothese. Ich würde aber dagegen halten, dass halt jede neue Produktkategorie oder jedes neue bahnbrechende Design wahrscheinlich erst mal den Leuten nicht unbedingt gefällt. Und ich glaube, es gibt jetzt halt zwei Varianten. Entweder Leute fangen es an, alle cool zu finden oder nicht. Und ich glaube halt schon so, in dieser Kategorie Virtual Headsets sieht das von Apple schon mit Abstand am besten aus. Also wenn du das so mit einem MetaQuest oder sowas vergleichst, finde ich schon, ist es halt für diese Kategorie ist es Design Defining, würde ich jetzt sagen. Und ich sehe, es ist nicht so hart wie du. Ich glaube auch, ich finde es auch super schwierig, hier eine Aussage zu treffen. Ich glaube, das nächste halbe Jahr, wenn jetzt anfangen, die Leute das zu nutzen, die Entwickler anfangen, Apps dafür zu machen und sich dann auch die Use Cases so ein bisschen rauskristallisieren, vielleicht in zwei, drei Jahren die nächste Generation kommt, die dann viel flacher ist oder nochmal ganz anders aussieht, dann wird man sehen. Aber ich glaube auch, also ich bin bei dir, ich glaube nicht, dass es ein Produkt ist, dass man in dieser Form jemals einfach so zu spazieren anzieht oder jetzt einfach so im Café anziehen wird oder sowas. Das ist ja ein bisschen strange, ne? Ich habe noch ein anderes, also das mag gut sein, Samuel. Ich lasse mich vielleicht das Thema mal auf ein anderes Hardware-Produkt bringen, das jetzt vor ein paar Wochen gelauncht hat. Und das ist fast, also das ist, finde ich deshalb so spannend, weil es ist, hat eine völlig andere Perspektive darauf, wie wir in Zukunft mit Technologie umgehen als die Vision Pro. Ja. Ja. Und das ist das Rabbit R1 Phone. Hast du davon schon gehört? Ich habe in unser kleines Doc, was wir immer pflegen, unten habe ich was reingekopiert. Ja, ich habe es richtig durchgelesen und ich habe es ja auch schon angeschaut. Ich finde das ziemlich cool, aber ich glaube, erzähl du mal, du hast es entdeckt, erzähl du mal kurz, was es da geht. Ja, okay, also ich erkläre es ganz kurz. Das war der Hit, der virale Hit auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die immer Anfang Januar stattfindet, wo Hardware-Hersteller ihre coolsten neuen Produkte herstellen, zeigen. Und das ist, ja, jetzt sind wir leider ein Podcast, aber ich versuche es so bestmöglich zu beschreiben. Es ist quadratisch, es ist ein Handheld-Gerät und es ist etwa halb so hoch wie ein iPhone. Das hat eine Kamera, das hat ein Mikrofon, das hat ein relativ großes Display und das hat so ein Klickrad eigentlich. Das erinnert so ein bisschen an das erste iPod. Und es hat einen SIM-Card-Slot, oder? Ja, richtig, genau. Stimmt, ein SIM-Card-Slot. Und das Ganze ist total grell-orange, ein bisschen heller als die Golden Gate Bridge, hat so ein totales Retro-Design. Ist extra haptisch, ja. Mir gefällt das. Also das ist total, das ist wie so ein Game Boy in cool, ja. Du willst das sofort in der Hand haben. Und jetzt ist die Frage, was kann es? Also ich habe mir so gedacht, stell dir vor, der klassische iPod, das iPhone und Chat-GPT haben ein Baby. Dann ist es, glaube ich, das Rabbit-Phone. Okay. Also was du machst ist, ähm, genau, Siri, sorry, iPod, Siri, das iPhone, Siri ist wichtig, ja. iPod, Siri, iPhone und Chat-GPT haben ein Baby. Also du sprichst mit dem Ding und du sagst zum Beispiel so Sachen wie, spiel mir das Lied, weiß ich nicht, Heartbreak oder wie die heißen, von Taylor Swift oder sowas, ja. Du kannst auch sagen, ruf mir ein Uber. Sorry, Alex, ich weiß, dass du Taylor-Swift-Fan bist, aber hast du mittlerweile die Songtitel von der auswendig. Ich weiß es nicht. Ich dachte, die muss bestimmt, die muss bestimmt einen Song haben, der Heartbreak heißt. Doch, wenn wir über Heartbreak singen. Ich bin gar kein Taylor-Swift-Fan, das kann ich so nicht stehen lassen. Hast du kein Swifty? Vielleicht ja die Heartbeat gibt's. Heartbeat, okay. Ja, sorry, aber jetzt Rabbit. Wir sind getting sidetracked. Zurück zum Rabbit-Fan. So, du kannst aber auch sowas sagen wie, ruf mir ein Uber, ja. Bestell mir mein Lieblingsessen von meinem, weiß ich nicht, Berliner Lieblingsrestaurant. Also eigentlich kannst du damit... Okay, sorry, was ist da gerade anders als Siri? Nein, Siri kann das nicht. Siri kann... Also jetzt sag ich dir, was der Unterschied ist. Das ist nämlich keine... Also es ist keine App an sich. Das ist eigentlich eine Art Super-App, ja. Das ist ein einzelnes Interface, mit dem du sprichst und das Rabbit, also das Operating System, ist kein Large Language Model, sondern die nennen es ein Large Action Model. Was das heißt ist, die Rabbit, diese Firma, die hat diesem Modell beigebracht, wie das Modell verschiedene Apps benutzen kann. Okay, das heißt die Rabbit-App kann dann sozusagen, ist trainiert darauf, Uber zu nutzen, ja. Und das weiß dann, wenn ich sage, bestell mir ein Uber nach einem Rosenthaler Platz, ja, dann versteht Rabbit, okay, im Hintergrund sozusagen müsste man jetzt das und das und das auf der Uber-App drücken, aber das sehen wir gar nicht, sondern Rabbit macht das im Hintergrund und dann kommt dann einfach irgendeine Bestätigung so, dein Uber kommt in fünf Minuten auf dem Rabbit-Interface, ja. Es ist halt wie eine API zu allen Apps, ohne dass es eine API ist. Das ist der Punkt. Es ist ganz, ganz super erklärt. Also, für alle, die nicht wissen, was eine API ist, ist ja letztlich eine Schnittstelle, die verschiedene Produkte, Softwares miteinander kommunizieren lässt. Und da muss man halt was programmieren, damit dann halt Uber weiß, aha, da kommt irgendein Request von Rabbit, irgendwie, was ist die Destination, was ist irgendwie UberX oder UberBus oder was auch immer und wo stehe ich, wo will ich hin. Diese Informationen können über APIs miteinander, so können Software-Tools miteinander kommunizieren. Aber Rabbit macht es anders und das finde ich so interessant, weil die sagen nicht, wir entwickeln jetzt ganz viele Schnittstellen für Twitter, für Uber, für Spotify, für Instagram, für TikTok, was auch immer, sondern wir trainieren unsere App, dass sie in der Lage ist, die Uber-App zu benutzen. Genau. Und auf Voice-Commands sozusagen. Auf Voice-Commands, genau. Und das macht es total interessant, weil das bedeutet, dass du eigentlich, dass du wirklich eine Art Super-App hast. Ja, das macht dann keinen Unterschied mehr. Es macht sogar keinen Unterschied mehr, ob Spotify sein User-Interface verändert, denn trotzdem wird es ein Logo geben, wo Podcast steht. Ja, und dann hast du das Rabbit trainiert und sagt, klick auf Podcast, tipp da, kommt eine Such, dann kommt ein Suchfenster, da tippst du dann digitale Optimisten ein, klick auf den ersten Link, das ist die erste, die aktuellste Folge. Okay, Alex, und jetzt, ich bin mal ein bisschen kritisch, ja. Welche App nutzt du auf deinem Handy am meisten? Wahrscheinlich Mail. Mail, okay. Ich würde auch sagen, Mail und Slack sind so bei mir. Gmail und, also ich nutze seit neuestem Spark, das ist so ein neuer Mail-Client, wo ich alles konsolidiere und Slack. Und ich glaube so für diese, ich habe mir jetzt gerade überlegt, würde ich mein iPhone oder mein Handy mit einem Rabbit ersetzen? Ja, könnte ich also abdecken. Ich glaube so für die, für den Consumer-Use-Case, also so den, ich will mit meinem Handy telefonieren, vielleicht WhatsApp schreiben und nutze so Uber und Mobility Services und so, ich glaube, das funktioniert super. Aber wenn ich mir jetzt so überlegen müsste, ich finde das Slack-Interface schon cool, ja, und ich will auch die Nachrichten lesen, ich nutze, mein Handy ist auch Arbeitsgerät. Und dann komplett auf einen großen Bildschirm zu verzichten, wo ich dann auch sozusagen meine Slack-Nachrichten vorschreiben kann im Slack-Interface oder im Mail-Interface. Und dass das alles nur übers Hören läuft, sozusagen, dass mir die Mails vorgelesen werden, da habe ich einfach noch so ein bisschen, irgendwie, da fehlt mir, glaube ich, noch die Vorstellungskraft, dass das gut funktionieren kann. Vielleicht bin ich da aber auch noch zu konservativ. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast einen Punkt. Deshalb hat auch, glaube ich, der HomePod nicht funktioniert, ja, weil du hast nicht dieses visuelle Interface und das stand halt dann in deiner Küche und du hast halt nur gesagt so, oder zu Echo hast du nur gesagt, mach mir einen Timer für drei Minuten oder spiel mir die Beatles. Also völlig banale Queries, Prompt sozusagen. Ich glaube, der Unterschied hier ist, A, es ist ein Handheld-Gerät, also du kannst es mit Sprache bedienen, aber du hast ja auch einen visuellen Output, ne? Du kannst ja auch dann sozusagen interagieren. Ich glaube aber, für mich ist der, was es für mich so interessant macht, ist genau, sie nennen es Large Action Model. Das haben wir gerade beschrieben, ne? Also ein Large Language Model ist gut darin, Texte zu verstehen und dir daraufhin Texte zu schreiben, ja? Oder MidJourney macht das für Bilder, ja? Die verstehen, wie ein Bild auszusehen hat und gibt dir darauf Bilder aus. Die nennen es Large Action Model, was bedeutet, dass die App, also Rabbit, der, ja, das Modell gar nicht darauf trainiert ist, Texte zu konsumieren, sondern einfach nur Apps zu benutzen. Ja. Und dann, dann positionierst du Rabbit nämlich so als eine Art Super-App und Spotify, Uber sind eigentlich nur, ja, die rücken ein Glied nach hinten in der Kette. Weißt du? Ich habe mir, genau, also, und ich, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen technisch, was wir hier gerade besprechen, aber so vor 20, 30 Jahren war es ja so, dass Computer teilweise noch in der Konsole bedient wurden. Also man hat dann programmiert, um eben ein Output von der Software zu kriegen. Dann kam irgendwann das User-Interface rüber, zum Beispiel das, was wir heute im Browser oder auf Spotify sehen, wo wir halt klicken können. Und das bedient sozusagen die Programmiersprache im Hintergrund. Und was Rabbit jetzt eigentlich macht, ist, es geht noch einmal ein Level darüber und sagt, okay, die Apps gehen eigentlich in den Hintergrund. Nicht mal das müssen wir mehr bedienen, sondern wir machen jetzt nochmal eine Hülle darüber, wie ein Dach darüber. Und wir können nur noch mit dem sprechen und es bedient die Apps für uns. Richtig. Also wir werden eigentlich immer dümmer, ja, wo wir vor 30 Jahren noch, also so dümmer, die Anwendungen werden immer einfacher, denn wo wir vor 30 Jahren halt noch irgendwie so ein bisschen programmieren mussten, um überhaupt einen Computer zu bedienen, müssen wir das heute gar nicht mehr und in Zukunft vielleicht nur noch mit dem Rabbit-Interface sprechen und das bedient dann die Apps für uns. Ganz genau, Samuel. Und das finde ich interessant, dass es ein neuer Blick ist auf die Art, wie wir mit Software interagieren. Denn früher haben wir es immer, wir haben eine App programmiert und da ist man in den App Store gegangen, hat 30% Fee an Apple gezahlt und dann hat man die App verwendet. Aber was Rabbit denkt ist, screw all that, ja, das brauchen wir alles gar nicht. Wir machen jetzt einfach, du kommunizierst einfach mit einem Ding, mit einem Voice-Bot und das macht es für dich im Hintergrund, wie so ein kleiner Agent, ein kleiner Task-Agent, der das für dich macht. Und diesen Gedanken oder diese Vision auf die Zukunft von Umgang mit Technologie, den finde ich super interessant, weil auch die Vision Pro, um mal den Weg zurückzumachen, die basiert weiterhin auf dem App Store-Konzept. Ja, stimmt. Du gehst weiter auf deine Links und klickst drauf und nutzt dann halt irgendwie Fotos, sind halt cool dargestellt oder so. Die Frage ist, ob dieses Konzept von Rabbit nicht so ein kleiner Paradigmenwechsel ist und wir vielleicht stärker in die Richtung gehen, weil es für Nutzer vielleicht tatsächlich einfacher ist, nicht mehr zu entscheiden zwischen 30 Apps oder 10 Apps, die jetzt für mich eine Fahrvermittlung machen oder 15 Apps, die mir irgendwie ein Rezept rausgeben, sondern du lässt das von dem Large Action Model von Rabbit oder von wem auch immer lösen. Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken und das passt so ein bisschen in das, was wir letztes Jahr hatten mit KI, ja, dass wir auch da einfach mit Chat-GPT ein Tool haben, was vieles machen kann, was Korrektur schreiben kann, was ja Texte produzieren kann, was vielleicht auch Bilder produzieren kann und das passt, finde ich, ganz gut. Ja, spannend. Ich bin gespannt. Ich habe mir das Ding auf jeden Fall gespeichert. Ich finde es auch irgendwie ganz cool, was Kleineres in der Tasche zu haben, nicht so diese riesen Handys, die wir heutzutage haben, aber mal schauen, ob es das durchsetzt und ob das das nächste Paradigma wird. Ja, darf ich noch eine Sache sagen, was ich auch toll finde, ist, also es hat ein paar Sachen, die es noch anders machen, also 200 Dollar kostet das, ohne Subscription, verglichen mit den, weiß ich nicht, was kostet jetzt ein iPhone, 1500 Dollar oder so, keine Ahnung, super retro, sehr haptisch, ja, also es geht, es ist auch ein frischer Wind im Markt, ja, weil jedes Handy sieht gleich aus, Pixel sieht genauso aus wie ein iPhone, ja, und dieses gibt, also ich kann, ich würde nie in 100 Jahren, würde ich ein iPhone 13 von einem iPhone, ich weiß noch nicht mal, bei welcher Nummer wir gerade sind, 15, kann das sein, würde kein iPhone 10 von einem iPhone 13 mehr unterscheiden können, weißt du, eine Kamera mehr hinten dran wahrscheinlich, aber das ist nur mein kleiner, kleiner Rant, also ich glaube, der Markt ist offen für was Neues und wenn es, wenn das von einem kleinen Startup kommt, was mal in eine ganz andere Richtung geht, dann finde ich das echt interessant. Ja, absolut. Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern, 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerker-Stellenmarkt, 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de slash quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaloptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine Idee. Okay, das war die Werbung, zurück zur Folge. Cool, hey, ich habe ein ähnliches, übrigens, gestern habe ich noch gelesen, apropos Produktlaunches von Apple, dass Apple jetzt doch wieder an einem Auto arbeitet, das lange totgesagt wurde. Und das geht so ein bisschen in mein nächstes Thema rein, denn ich war ja gerade auf dem Kanal, ich bin seit vorgestern zurück, wir haben Remote Work gemacht. Da vielleicht erstmal ein kurzes Fazit, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie ich mich da sozusagen organisiert habe. Wir waren ja da auch mit unserer Tochter, einen Monat lang Remote Work auf Werteventura. Fazit, es geht, aber es ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also wir haben dann unsere Tochter auch in eine lokale Kita geschickt mit lokaler Babysitterin und die ist ja im Moment gerade so zwei Jahre alt, lernt super viele deutsche Wörter und dann plötzlich war es nur noch Spanisch und das hat sie, glaube ich, so ein bisschen überfordert. Das hatten wir, da haben wir auch gesagt, wir sind jetzt auch eine Woche früher zurückgekommen. Und wenn es für sie nicht stimmt, dann stimmt es für uns auch nicht, dann kommen wir früher zurück. Meine Mama war dann noch da, die hat uns geholfen. So und Learnings daraus vielleicht auch für, falls da irgendwelche Eltern da draußen, die auch mal Remote arbeiten gehen wollen mit ihren Kids. Wenn halt Infrastruktur sollte gut sein, wir waren so in einem kleinen Dorf zwischen zwei größeren Orten an der Küste und da war die Infrastruktur nicht so super, Internet nicht so cool, wir hatten zwar ein Haus, aber für uns Learning lieber in ein kleines Städtchen oder wo es ein bisschen größer ist, auch wenn man da vielleicht nur eine Wohnung hat und kein Haus, weil da ist die Infrastruktur besser, Internet ist besser als alles fußläufig, man muss sich nicht immer mal für alles ins Auto setzen etc. Aber sonst wieder Sonne, gutes Wetter tut mega gut, also ich habe da super gearbeitet, wie immer eigentlich auf dem Kanal, wir waren schon ein paar Mal auch auf Gran Canaria. Aber das so ein bisschen die Learnings, also vielleicht doch in eine Stadt gehen, wenn man irgendwo hingeht, auch wegen der Infrastruktur und das Thema Kinderbetreuung nicht unterschätzen. Also wir haben dann gesagt, wenn wir das nochmal machen, entweder direkt mit Kinderbetreuung dahin gehen, also falls wir mal ein Au-pair haben oder sowas, dann direkt mitnehmen sozusagen oder vielleicht deutschsprachig vor Ort, vor allem wenn die Kids halt in einem Alter sind, wo sie gerade die Sprache entwickeln, weil das ist sonst, glaube ich, das überfordert die sonst ein bisschen. Samuels Lifehacks, Samuels Lifehack Corner. Genau, aber das nur kurz als Wrap-up, weil wir das das letzte Mal als Thema hatten. Was mich total erstaunt hat auf Fuerteventura ist, da scheint die ganze Zeit die Sonne, ja. Also wirklich, wir hatten vielleicht von den 20, 25 Tagen, wo wir da waren, drei, vier Tage, wo mal ein bisschen bewölkt war, sonst wirklich von morgens bis abends Sonne. Also da gibt es ein paar Windräder, aber es gibt gar, es gibt Zero Solar Energy, ja. Also es gibt dann schon so ein paar Häuser, wo man mal sieht, so ein paar Panels, aber nicht in dem Ausmaße, wie ich das in der Schweiz und mittlerweile auch in Deutschland sehe. Und wir sind ja, weißt du, gar nicht prädestiniert dafür, ja. Und das hat mich schon erstaunt, dass es das nicht gibt. Erstmal, also ja genau so, erst mal das. Und da habe ich mir dann schon überlegt, okay, da gibt es wahrscheinlich eine Mega-Opportunity in so Schwellenländern, da irgendein Business zu kreieren. Denn bei uns sprießt ja gefühlt, und ich komme nachher noch in den Construction Corner rein, an jeder Ecke irgendein Solar-Installations-Startup aus dem Boden. und man hat das Gefühl, der Markt ist schon total gesättigt, ist er aber gar nicht. Wenn man sich mal so den Süden Europas zum Beispiel anschaut, Italien, Spanien, Portugal, eben die kanadischen Inseln, da ist das gar nicht entwickelt. Ich frage mich, warum das so ist. Hast du eine Antwort dafür? Weil ich weiß, ich war letzten Jahres, letztes Jahr war ich in Kapstadt. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass viele sich Solaranlagen aufs Dach stellen, weil die Regierung, es gibt da sogenannte, ich habe sogenannte, also Blackouts, die heißen, Load-Shedding heißt das da, also das einfach das Elektro-, das Grid, also das Netzwerk, das Elektronetz, keine Ahnung, wie das heißt, Stromnetz wahrscheinlich, das ist einfach so veraltet, dass es sich abschalten muss, weil es sonst überhitzt irgendwie so, ist jetzt mal eine leihenhafte Erklärung. Und deshalb haben die da immer, und deshalb stellt sich da jeder ein Solarkraftwerk, das bezahlen kann, aufs Dach. So ein kleines Ding oder auch größere. Ja, auf dem Dach auch, also es ist ganz unterschiedlich. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass da das so ein bisschen boomt. Aber warum ist das nicht so? Ich meine, das ist ja häufig in Urlaubsländern, und du hast völlig recht, ich glaube, so ein grauer November-Tag, wo kein Wind weht und wo keine Sonne scheint, die ist ja wahrscheinlich der, dann kann irgendwann Audi keine Autos mehr produzieren in Ingolstadt, ja, weil das irgendwie keinen Strom mehr gibt. Ja, genau, also ich frage mich auch, also ich glaube halt, Deutschland hat ja halt diese Energiewende, ja, das ist halt auch wahrscheinlich von der Regierung, oder ich glaube, Policy macht da tatsächlich einen Unterschied, also wie viel da eine Regierung auch pusht auf sowas. Und ich glaube, das sind vielleicht die südlichen Länder einmal noch weniger weit, und ich glaube, wahrscheinlich auch der ganze afrikanische Kontinent ist da noch nicht so weit. direkt, die relyen halt schon immer noch sehr viel auf Öl und Gas und Kohle. Übrigens auf Fuerteventura war auch das Benzin super günstig. Keine Ahnung, was kostet hier Benzin? Aber wir haben da so 1,30 Euro pro Liter bezahlt. 1,70 Euro, 1,80 Euro für E10, glaube ich, zahl ich ungefähr. Genau, so 50 Cent günstiger als hier. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen ins Thema Solarenergie reingesetzt, denn ich habe da auch vor zwei Wochen oder so ein Economist-Artikel darüber gelesen und rate mal, wer gerade die ganze Welt mit Solarproduktion überholt. Welches Land? Also ich tippe mal, es ist, also vielleicht ist es irgendein Land, was man nicht auf dem Zettel hat, irgendwie so ein nordafrikanisches Land, was irgendwie da krass investiert oder Saudi-Arabien vielleicht. Ich sage Saudi-Arabien. Nee, nee, okay, wäre auch spannend, ja, weil die sagen, okay, wir wollen vom Öl wegkommen. Nee, nee, das ist tatsächlich gerade China im Moment. Also China überholst gerade die ganze Welt mit erneuerbaren Energien. Die haben letztes Jahr circa doppelt so viel Solarmodule installiert wie die ganze restliche Welt zusammen. Nee, also das hat mich dann schon erstaunt, dass die da so krass Gas geben. Und die sind voll in dieser Transformation drin, auch natürlich von der Regierung gewollt. Und auch, ich weiß nicht, ob dir das noch im Kopf hast, also 2015, 2016 gab es da auch Schlagzeilen, dass so viel Smog war in Peking und so. Und anscheinend ist das gar nicht mehr so. Die ganzen Kohlekraftwerke sind zwar noch da als Backup, aber China hat es jetzt wirklich geschafft, in den letzten fünf bis zehn Jahren so viel erneuerbarere Energie zu schaffen, dass das mittlerweile einen substanziellen Teil ihres Energiemixes ausmacht. Und die Konsequenz daraus ist jetzt auch, und was sie gerade auch mega pushen, und das wusste ich auch nicht, Chinas Autoproduzenten haben jetzt das erste Mal mehr Elektroautos produziert oder verkauft als Tesla. Also der BYD, der größte Elektrofahrzeugshersteller von China, hat hier das erste Mal jetzt geschafft, China zu überholen. Tesla hat sie überholen. Und ich glaube, China hat viele Probleme. Die haben ein demografisches Problem, die haben geopolitische Probleme, die haben wahrscheinlich Free-Speech-Probleme. Aber das hat mich echt erstaunt, dass die da jetzt so aufgeholt haben und so führend sind jetzt in diesen ganzen Themen und wir da wirklich so ein bisschen hinterherhinken. Ich bin kein Experte für die Branche, kann da gar nicht so viel sagen. Mir ist eine Meldung aufgefallen in den letzten Wochen, dass BYD, ich weiß gar nicht, wie heißen die Beyond oder ist es BYD? Ich weiß es gar nicht genau. Also wir sagen einfach mal BYD, dass die die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sponsern. Oh wow. Und das fand ich interessant, weil ganz ehrlich, also eine Europameisterschaft, Fußball, Deutschland, da würde man ja jetzt Mercedes oder BMW oder Audi, VW natürlich, denken, ja komm, das lassen sie sich entgehen. Ja, dann machen sie ein bisschen hier Made in Germany. Ja. Aber das macht jetzt ein BYD. Kann sein, dass die einfach mehr Geld gezahlt haben. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber das fand ich ein ganz interessanter Punkt. Ja, so in deinem Heimatmarkt gibst du das auf. Da kann ich mir vorstellen, da gab es einige hitzige Diskussionen in den Vorstandsetagen in Wolfsburg und Ingolstadt und München. Ja, und ich glaube, da müssen wir uns eh, also Tesla ist da wahrscheinlich noch am besten aufgestellt. Aber so die deutschen Autobauer, ich meine, keine Ahnung, ob du das weißt, aber Volvo beispielsweise, skandinavische Automarke, finde ich übrigens coole Autos, die sind ab in drei, vier Jahren total elektrisch, nur noch elektrisch, also die sind eigentlich komplett elektrifiziert, die gehören auch China, ja. Das ist auch nicht chinesisch. Volvo gehört China. Ja, Volvo gehört Geli, heißen die, glaube ich, und die C. Young Geli Holding ist chinesisch, ja. Die wurden mal aufgekauft. Und, aber BYD schafft es jetzt tatsächlich das erste Mal mit diesem Smartphone-Prinzip, also es geht nicht mehr nur um PS, sondern auch um Usability, totale Connected-Neste Autos, günstige, gute Elektroautos in Masse herzustellen. Und was ich halt so gesehen habe, sind das, glaube ich, drei Hauptpunkte, die so ein bisschen das Befürworten oder beschwingen sozusagen den Aufstieg da. Das einmal Batterieproduktion, also China ist Weltmarktführer in der Batterieproduktion, hat Megakapazitäten, hat Megaressourcen daran. Das Zweite ist, dass die Regierung da gerade super krass subventioniert, also die puttern da richtig viel Geld rein, damit die Autoindustrie da hochkommt. Und das Dritte ist, sie haben halt einen riesigen lokalen Markt. Also China ist einfach riesiger als Markt für Elektrofahrzeuge und da findet gerade eine Megatransformation statt. Also ich habe, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, das ist in Shenzhen, das ist ja diese Produktionsstadt in China, die Straßen super leise sind mittlerweile, weil alles nur noch elektrisch läuft. Cool, Wahnsinn. Ja, was ist denn das, also ich frage mich so, haben die irgendwas neu, BYD? Also verkaufen die nicht mehr in Autohäusern zum Beispiel, ja, sondern machen die irgendwie, haben die da innoviert? Sind die, du sagst jetzt offensichtlich, sind die ein Tick günstiger, sind die auch, denken die es auch anders als Tesla oder verkaufen die genau, sieht das genau aus wie ein Tesla? Also ich habe noch gar keinen Bezug zu der Marke. Gibt es da, hast du da irgendwelche Erkenntnisse, wie die jetzt, also klar, mehr Geld, ja, großer Heimatmarkt, aber es ist ja speziell dieses BYD, was gerade in aller Munde ist, machen die irgendwas anders? Ja, also ich glaube, ich würde es jetzt überhaupt nicht so sehr mit Tesla vergleichen, weil ich glaube, Tesla macht auch schon sehr viele Sachen ähnlich. Ich glaube, das Distributionsmodell weiß ich gar nicht. Tesla hat das ja super innovativ gemacht, indem sie eben diesen Direktvertrieb über den Online-Store machen, also dass man halt nicht mehr in diese Autohäuser geht, sondern dass man sich direkt online das Auto konfiguriert und das ausliefern lässt. Aber jetzt so im Vergleich zu den, sagen wir mal, so deutschen Traditionsmarken, hat, glaube ich, BYD erkannt, dass die neue Generation an Autokonsumenten, denen geht es eben nicht mehr unbedingt nur um die PS und die Luxusausstattung, sondern denen geht es um die technischen Gadgets, dass die, ich nenne es mal, die iPhone-ifizierung des Autos, ja, was halt irgendwie, kann man so, vielleicht die Analogie wäre so ein bisschen, ein Porsche ist das Blackberry oder so und der BYD ist das iPhone. Oh wow, das werden die Leute zu von Hausen nicht gern hören, ja. Okay, krass. Weißt du, so vom technologischen Schritt her, ja. Und sie sind halt günstiger. Sie schaffen es halt das erste Mal in großer Masse, Mittelklasse oder günstige Elektroautomodelle zu produzieren, die halt unter 25.000 oder 20.000 Euro kosten. Ja, krass. Ja, genau. Aber fand ich auf jeden Fall spannend, wenn wir, das ist ein großer Schritt von sozusagen Solarpanels in Fuerteventura hin zu Auto, Elektroautos, aber das finde ich eine spannende Beobachtung. Sag mal, ich habe noch ein Thema, ich brauche mal einmal deine Meinung, ja, zu einem Thema, was mich seit Anfang der Woche beschäftigt. Und zwar ist das jetzt ein ganz anderes Thema. Du kennst ja Salesforce offensichtlich. Ja, ein großes Customer Relationship Management, Tool, mittlerweile deutlich mehr als das. Und der Gründer, ich glaube, wir haben 80.000 Mitarbeiter, ich glaube, 31 Milliarden Euro Umsatz oder Dollar Umsatz. Und der Gründer und CEO ist Mark Benioff. Ganz schillernde Person, eine der schillerndsten Figuren so im Silicon Valley. Der hat unter anderem, neulich hat er Schlagzeilen gemacht, dass er Land kaufen will mit anderen Milliardären und eine neue Stadt nördlich von San Francisco bauen will. Weil er so frustriert ist mit der Kommunalpolitik, dass er sagt, geh mir weg, ich baue jetzt meine eigene Stadt. Also er ist schon eine gewisse, eine gewisse, ja, Exzentrik, sie hat er. Und der hat gesagt, aber er hat immer eine gigantische Firma aufgebaut und ist wahnsinnig reich geworden. Und der hat neulich davon gesprochen, wie er führt, was sein Führungsstil ist. Und der hat eine Taktik beschrieben, die ich mal mit dir besprechen will, weil die, glaube ich, ziemlich kontrovers ist. Ich beschreibe dir erstmal die Taktik und dann besprechen wir, wie du sie findest. Vier Dinge musst du wissen. Ja, der macht vier Dinge. Erstens, jede Führungskraft macht einen Plan mit einem Ziel. Ja, das Ziel von Marc Benioff ist Umsatzsteigerung um 20%. Okay. Also auf dem Level, ja. Also es ist einfach nur irgendwie ganz einfach formuliert, was ist ein Ziel? Und du musst einmal im Jahr aufschreiben, wenn Marc Benioff dein Chef ist, was du erreichen willst. Und dann diskutiert ihr das und so und dann findet ihr das richtige Ziel. Aber das schreibst du so einfach wie möglich auf. Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist... Okay, sorry, ganz kurz. Also der hat wirklich nur einfach ein Umsatzwachstumsziel. Nicht irgendwie wollen coole Produkte machen. Also gar nichts, sondern einfach nur mehr Umsatz. So sagt das, ja. Wie das in der Praxis ist, weiß man nicht. Aber genau, er sagt das so. Mein Ziel ist Umsatzsteigerung 20%. Okay. Schritt zwei. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du on track bist mit deinem Ziel. Ja, also was auch immer. Du willst irgendwie 20 neue Produkte launchen. Du willst irgendwie Umsatz um so und so viel steigern. Du willst vielleicht irgendwie die Mitarbeiter-Retention steigern. Ja, dass die Leute länger bleiben. Was weiß ich. Kannst ja ganz viele Ziele haben. Kosten aus der Lieferkette nehmen. Keine Ahnung. Wenn du on track bist, also wenn es gut läuft, dann trifft sich Marc Benioff mit dir einmal im Quartal. So, und lässt dir eine lange Leine. Gibt dir totales Vertrauen. Er sieht ja, du bist on track. Offensichtlich ist das, was du tust, ist erfolgreich. Ja. Lange Leine, viel Vertrauen. So, Szenario zwei ist, das Ganze ist nicht on track. Und du bist nicht auf deinem, du erreichst dein Ziel wahrscheinlich nicht. Dann wird es ziemlich tough. Dann musst du nämlich einmal in der Woche zum Rapport bei Marc Benioff. Ja. Und zwar, so lange, bis du deinen Plan wieder erreichst. Okay. Das heißt, da ist es ziemlich tough. Da musst du halt Antworten was machen. So, und Schritt vier ist dann, in diesem Meeting fragt er dich nur drei Sachen. Was wurde erledigt? Was hat nicht funktioniert? Oder was hat funktioniert? Und wie können wir wissen, ob es funktioniert hat? Das ist das Gespräch, was du dann einmal die Woche mit deinem Chef Marc Benioff führst. Und sorry, wenn du das nur einmal pro Quartal machst, sind das dann die gleichen Fragen? Oder sind das dann andere Fragen? Das sind wahrscheinlich die gleichen, weil er will ja auch wissen, was funktioniert hat. Okay. Nehme ich an. So, und jetzt frage ich dich mal, was sagst du zu dieser Führungstaktik oder Führungsart? Also ich habe mir, als du erst mal so zum übergeordneten Ziel, er will ja einfach mehr Umsatz machen. Und ich habe mich dann zuerst gefragt, ob das zu eindimensional ist, aber ich glaube, im Umsatz fallen ja dann super viele Dinge. Also du hast ja deine Produktführungskraft, du hast eine Vertriebsführungskraft und so weiter. Das heißt, du musst eigentlich coole Produkte bauen, du musst sie verkaufen, du musst guten Customer Service haben, damit eben dieses Umsatzwachstum vollzogen werden kann. Darum erst mal, ich glaube, das ergibt schon irgendwie Sinn, dass er hier ein Umsatzwachstumsziel hat. Und dann ist es glaube ich schon, also ich bin da auf keinen Fall, ich will mich jetzt nicht mit Marc Benioff vergleichen, aber schon so, wie ich das eigentlich auch gerne mache, meinen Mitarbeitern sagen, hey, schau mal, wir wollen dahin, überleg dir mal, wie wir dahin kommen und wenn das irgendwie Sinn ergibt, was du hier machst, dann leg mal halt los und wir checken ab und zu, wir machen ab und zu eine Kadenz, wo wir mal checken, ob du on track bist. Wenn du halt nicht on track bist, dann muss man ein bisschen enger, muss ich ein bisschen enger coachen. Wenn du gut on track bist, dann ist es eher halt so laissez-faire. Also ich glaube, das ist ja so das Grundprinzip. Ich habe das jetzt nicht so verschriftlicht oder so ganz hart, dass man das dann jede Woche oder nur einmal im Quartal macht, aber so generell, so auf ein erster Gedanke ist eigentlich, das ergibt irgendwie Sinn und ich finde das eigentlich schon eine Art, die auch, glaube ich, den Mitarbeitern, den Führungskräften wahrscheinlich am meisten hilft. Also Fans sagen, dass es super ist. Also es gibt Fans und es gibt große Kritiker. Fans, glaube ich, tuten in die gleiche Trompete wie du. Die sagen stark, dass man so eine 80.000 Mitarbeiter Company wie ein Startup führen kann eigentlich und eine andere Stimme, die ich gelesen habe, wir haben die Frage bei uns im Newsletter gestellt und eine andere sagt, ja toll, wenn man klare Ziele hat und das ist eigentlich der Killer, wenn man zu komplex wird in so einer Organisation. Da ist es halt klare Ziele, so ein bisschen wie, es gibt dieses The Art of War von Sun Tzu, dass man sagt so, also das killt, Komplexität killt Erfolg und er sagt so, viele sagen so, das finde ich total cool und ich würde sogar darin richtig gut aufgehen in so einem System. Und jetzt nehme ich mal die Gegenseite ein, ja und Kritiker sind auch sehr laut, die sagen, was ist denn, also die verstehen es überhaupt nicht, denn die sagen, ja was das ja bedeutet ist, der Chef guckt immer nur auf die, die ihre Ziele nicht erreichen. Aber was ist denn mit den Top Performern, wenn man auf die gucken würde und denen helfen würde, würden die nicht vielleicht sogar noch größer gewinnen, ja, would they win bigger, also würden die nicht sogar noch besser, weil bei denen läuft es offensichtlich, warum konzentrieren wir uns nur auf die, bei denen es nicht läuft, können wir nicht noch erfolgreicher werden, wenn wir uns auf die konzentrieren, bei denen es richtig läuft, ja, und die noch erfolgreicher machen. Ja. Das ist eine Kritik, eine andere Kritik ist, alter Schwede, wenn ich jetzt da irgendwie wöchentlich bei Marc Benioff zum Rapport antrete, dann ist meine, dann bin ich ja sofort beim Strafmeeting, weißt du, der macht mich fertig, ich habe gar keinen Bock mehr, ich muss da jede Woche irgendwas machen, wie viel kann ich in einer Woche schaffen, das ist wie so eine Strafe, also die Motivation geht wahrscheinlich den Keller runter. Und dann eine andere Frage, die ich ganz interessant fand, du hast es eben auch in deiner Frage angedeutet, baut man damit überhaupt die Produkte die Nutzer wollen oder rennt man da nur irgendwelchen quartärlichen Zielen hinterher, die vielleicht dich interessieren, aber die Nutzer nicht. Jetzt kann man auch sagen, ich kann ja auch Ziele setzen, die für Nutzer gut sind, ja, also Net Promoter Score oder was auch immer, aber natürlich, ich glaube, Salesforce Produkte sind jetzt nicht ganz so sexy Tech Produkte wie andere, ja, das ist eher so das Microsoft der Startup Welt, finde ich. Ja. So, aber, und der letzte ist, und der letzte Thema ist, das fand ich auch ganz, ganz interessant, haben es Direct Reports nicht verdient, häufig über Themen auch abseits von Performance zu sprechen? Das fand ich ganz witzig, also, wer fragt sich eigentlich mit Karriereentwicklung, ich glaube, Mark Benioff würde sagen, die Leute, die an mich reporten, die sind hier top of the food chain, ja, die haben ihre Karriereentwicklung, damit, das können sie mit sich selber ausmachen, das müssen sie nicht mit mir besprechen, denen geht es gut. Ja, das ist die Pro und Contra von dieser Sales Taktik. Ja, okay. Du, ich sehe die Kontrast schon auch, ich glaube, also, man kann davon halten, was man will, ich glaube, es ist auf jeden Fall effektiv, und jetzt, das mit den Top Performern sehe ich schon auch, aber ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen sehr schwarz-weiß dargestellt, diese Taktik, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit seinen Top Performern nur einmal pro Quartal spricht, was ist, dann musst du vielleicht irgendwelche Taktiken noch einfügen, um diese Top Performer abzuholen und da die Best Practices irgendwo einzuführen, also man sagt, hey, einmal pro Quartal gibt es noch ein Offsite, wo die Top Performer, bei denen es eben gut läuft, dann auch zeigen, was sie machen, damit die anderen davon lernen können. Ich glaube, ich finde das gut, so wie er es macht, aber man muss dann halt noch ein paar Elemente einfügen, wie vielleicht noch die Kritiker dann sozusagen auch pacified werden, also sei es jetzt eben Top Performer. Du kannst damit gar nichts anfangen, Samuel, denn ich hatte das in den Newsletter geschrieben und das hat totale Reaktionen getriggert, die Leute haben es diskutiert und einige haben mir geschrieben, mega cool, die anderen haben geschrieben, oh Gott, was für ein Tyrann, aber du kannst damit nicht so viel anfangen, gell, ist das nicht was, das triggert dich nicht so, oder? Ne, das triggert mich nicht so, also ich finde es positiv und so, wie ich es eigentlich auch machen würde. Ich habe aber auch schon von meinen Mitarbeitern gehört, dass sie sich manchmal wünschen würden, dass ich noch so ein bisschen mehr Smalltalk mache oder frage, wie es ihnen geht und so ein bisschen solche Sachen, aber das, ja, genau, und dann bin ich halt immer so, das ist halt nicht so mein Ding. Okay, na gut, dann, was auch schade, dann machen wir hier mal einfach mal, ganz charmant, machen wir mal die Seite weiter, aber ich finde es ein spannendes Thema und ich nehme da auch was mit für mich, denn ich finde das eigentlich cool, wie er es macht, darum, also wenn du eine Aussage oder eine Meinung von mir haben willst, dann so, das ergibt Sinn für mich und ich glaube, das sollte man so machen und sich dann halt einfach fragen, wie kann man die Top Performer dementsprechend abholen und schauen, wie sie die Sachen machen und das halt auch an die anderen weitergeben. Okay, gut, also da muss ich mir neue Themen überlegen, die dich mehr kitzeln, das war nichts Alright, sollen wir zu Geschäftsideen kommen? Yes, let's do it, fang du mal an heute, ja. Okay, also erstmal, hier, jeder Call to Action, wenn ihr das auf Spotify hört, dann könnt ihr abstimmen, wer die bessere Geschäftsidee hat, Samuel oder ich, letzte Geschäftsidee, ein schiedlich friedlich, ein schöner Pari-Start, 50-50, meine Idee war, Biz Influencer Hub, eine Plattform für B2B-Influencer und deine war Softguard, also wo man die Lizenzen, die Unternehmen haben, mit Software-as-a-Service-Firmen monitoren kann und canceln kann, wir haben beide 50% der Stimmen bekommen. Also schiedlich friedlich, guter Start ins Jahr, jetzt kommt meine Idee für diese Folge. Sie heißt Estate Essentials, ja, Estate Essentials, Estate wie Real Estate, also es geht um Immobilien, so und es ist ein Dashboard für Hausbesitzer. Ich erkläre dir kurz den Hintergrund. 48% der Deutschen besitzen eine Immobilie, in der sie entweder selber wohnen oder die sie vermieten, eigentlich egal und es ist relativ teuer, eine Immobilie instand zu halten, denn, ja, irgendwann muss man auch mal die Küche erneuern oder man muss dämmen oder man muss, weiß ich nicht, den Außenanstrich erneuern. Du musst die Grundsteuer zahlen, das passt jetzt nicht zur Instandhaltung, aber du musst das Dach dämmen, du musst eine Versicherung abschließen, du musst einige Entscheidungen treffen, ja, und das ist auch genau der Kern dieser Geschäftsidee, weil eine, ein Haus zu bewohnen oder zu verwalten ist eigentlich, ist eine ganze Menge Arbeit, vor allem, wenn du es alleine bewohnst, ja, also wenn du es nicht vermietest, es sind einige Entscheidungen, die du treffen musst, ein paar habe ich genannt, ja, auch sowas wie, wie zahle ich eigentlich die Grundsteuer, wie übermittle ich das eigentlich, wer wartet die Heizungsanlage nach ein paar Jahren, ja, wie ist es jetzt mit der Wärmepumpe, für was entscheide ich mich, was ist ein Upsell und das ganze Dämmthema lasse ich mal draus, das ist auch ein riesiges Thema für Hausbesitzer, also es gibt ziemlich viele Themen, die Hausbesitzer ums Ohr haben, was ist hier das Problem, Hausbesitzer haben keine Übersicht darüber, was eigentlich zu tun ist, also niemand macht sich einen Kalendereintrag und sagt, ah, jetzt ist fünf Jahre, die Garantie ist vorbei, jetzt muss jemand nach meiner Wärmepumpe gucken oder ich habe drei Birken im Garten stehen, jetzt muss hier mal wieder einer kommen und gucken, ob da irgendwie ein Borkenkäfer drauf ist oder sowas, das macht keiner, das heißt, du hast komplett keine Übersicht, was du eigentlich zu tun hast, du hast keine Zeit, weil ich glaube, du hast auch keinen Bock, dir immer wieder irgendjemand rauszusuchen, der dann kommt und dann irgendwas macht, keine Ahnung, kannst du es gar nicht einschätzen und wahrscheinlich hast du auch kein Vertrauen, also viele Leute haben auch immer Angst, vom Handwerker übers Ohr gehauen zu werden und wenn er dann irgendwie dann den BYD in der Garage stehen sieht oder den Porsche, dann kriegst du vielleicht, kostet es doppelt so viel oder halt halb so viel. So, was ist die Idee? Du weißt es schon wahrscheinlich, die Idee ist eine Plattform, auf der Hausbesitzer alles im Blick halten, was sie an ihrem Haus machen müssen. Also, welches neue Gesetz kommt gerade, was Auswirkungen hat auf mich, ich muss jetzt plötzlich dämmen oder so, was sind Instandhaltungs, wann sind Instandhaltungsarbeiten fällig, welche Handwerke sind auch gut für die Arbeit, ja, wie so ein, Direkt auch eine Vermittlungskomponente mit einbauen, vielleicht kann man das einbauen, wäre eine Ausbaustufe, ja und jetzt, welche Angebote gibt es aktuell für größere Renovierungen, also stell dir mal vor, deine Küche ist zwölf Jahre alt, sieht ein bisschen oll aus und du denkst dir, ja, so ein Neu wäre schon schön, aber richtig Bock hast du nicht und dann kommt irgendwie das Mega-Angebot von Ikea oder von XXL Lutz oder wem auch immer rein und denkst dir, ja gut, für den Preis mache ich es jetzt auch, weißt du, also du kannst auch so einen Aspekt reinbringen und letzter Aspekt ist, du könntest ja sogar sagen, du könntest ja sogar ein Finanzprodukt draus machen und du könntest ja sogar sagen, okay, vier Euro pro Kalender, äh, pro vier Euro pro Quadratmeter Wohnfläche kostet dich Instandhaltung, ja dann spar das doch bei mir, ja, leg das bei mir zurück, wie so eine Art Spar, äh, Spar-Guthaben und dann kriegst du vergünstigte Handwerkerleistung, also hast du da noch ein Finanzprodukt obendrauf. Und das, äh, ist die Idee, Estate Essentials, ein Dashboard für Hausbesitzer. Und das ist dann aber wirklich individualisiert auf dich, also es gibt dann so eine allgemeine Section, wo eben so neue Gesetzesänderungen oder etc. da sind, aber halt wirklich auch, du musst es einmal aufsetzen, sagen wir, du ziehst in dein neues Haus ein und dann musst du einmal alle Geräte sozusagen, äh, äh, am besten im QR-Code oder sowas, aber eintragen, so okay, die Wärmepumpe ist zehn Jahre alt von der Marke, die Garantie noch bis dahin, ja, das musst du einmal machen, das musst du einmal aufsetzen. Am besten wäre es noch, wenn du das Servitized machen könntest, du hast, ist eben nicht nur eine Software-Service, sondern du kannst dann auch das Pro-Paket buchen und dann kommt sogar so ein Hauswart bei dir vorbei, ähm, der sich das alles anschaut und dir das Dashboard direkt aufsetzt, dass du dann nichts mehr machen musst, ähm, und dann kriegst du nur die Alerts und musst nur Ja sagen und dann schicken die direkten Handwerker bei dir vorbei, um das zu machen. Ja, genau, können wir noch, also ein bisschen so wie, wie jetzt auch Handwerker-Startups das jetzt machen, ne, also, dass dann einer vorbeikommt oder ich glaube, Termondo macht das glaube ich so, da ist dann immer einer, der dann vorbeikommt, das ist dann eine Partnerschaft. Ich glaube, das ist einer der Gründe, meine Frau und ich, ähm, haben auch schon diskutiert, wir sind jetzt in der Wohnung, irgendwann mal ein Haus, aber es ist immer noch so eins der großen Dinge, die wir uns sagen, der Mental Load, also die, wir haben sonst schon so viel um die Ohren, aber ich glaube, die zusätzliche Kapazität, die das braucht, um halt an alle Sachen zu denken, die mit so einem Haus mitkommen, eben so Garten, äh, Geräteinstallationen, Fensterwartung, etc., etc., das sehen wir ja schon hier bei der Wohnung, da müssen auch immer wieder die Fenster gewartet werden, ich glaube, das ist ein Megathema und ich, ich glaube, ich würde auch schon bei unserer Wohnung dafür bezahlen, also ich glaube, auch schon bei der, bei der Eigentumswohnung würde ich dafür bezahlen, dass ich da erinnert werde, hey, die Terrassen müssen gereinigt werden oder, äh, oder wir haben hier so eine, so ein Pumpsystem bei der Küche, aber anyway, also finde ich auf jeden Fall mega cool, ja, und ich glaube, das kann man so, das kann man so viel, ähm, kann man unglaublich viel weiter ergänzen mit, mit dem, sei es ein Finanzprodukt, sei es noch einem, eine Dienstleistung, sei es ein Vermittlungsaspekt, also ich glaube, auf diesem Hub kann man dann extrem viel aufbauen. Ja, und es ist letztlich, also, äh, um es mal jetzt in ein Businessmodel, äh, äh, zu übersetzen, letztlich ist die Frage, kann ich eine, eine Distributions, kann eine Plattform bauen zu Hausbesitzern? Mhm, genau. Weißt du, also stell dir mal vor, ich hätte jetzt von, also 48 Prozent der Deutschen sind wahnsinnig viele Leute und stell dir mal vor, davon haben jetzt mal 10 Prozent so ein, so ein Dashboard, weil es ihnen irgendwie das Leben einfacher macht, ja, und dann hast du natürlich einen, einen direkten Kanal zu diesen Leuten, die ein Haus haben und dann kannst du genau, weil dann hast du, du baust eher die Schiene zu dieser ziemlich großen Nische, um dann halt zu sagen, ich mache ein Finanzprodukt, ich mache irgendwie eine Handwerkervermittlung, ich mache vielleicht, vielleicht mache ich noch irgendwie so eine, da kann dann Küchen XXL oder so, kann auch noch eine Werbung ausspielen oder so für, wenn ich das sehe, das passt oder so, ähm, Architekten könnten drauf zugreifen, ja, wenn man, also da kann man relativ viel mit machen, glaube ich. Cool, nee, also mega Idee. Das würde ja fast, schon ein bisschen in mein Thema hier Construction Corner passen, oder? Ja, ein bisschen, ja, ich war inspiriert von deiner, von Instruction Corner. So, das ist meine Idee, also wenn ihr die Idee gut findet, dann stimmt ab für Estate Essentials bei Spotify. Samuel, was, was ist deine Idee für diese Folge? Meine Idee ist South Solar und zwar, das hat jetzt auch schon mit dem zu tun, was ich vorher kurz erklärt habe, wie gesagt, ich war auf dem Kanal, null Solarinfrastruktur, bei uns booms, in China macht da mega, mega Gas, ich bin überzeugt, Solarwind, das kommt, auch wenn es teilweise in gewissen Ländern noch ein bisschen länger dauert, aber das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, der strukturelle Wandel. Und, und die Idee ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ich habe mir dann überlegt, okay, welche Businessmodelle, also so ein bisschen Rocket Internet Style, gibt es jetzt in Deutschland, wo wir halt vielleicht schon ein paar Jahre weiter voraus sind, die man dann eben zum Beispiel in Ländern übertragen kann, die noch nicht so weit sind mit diesem strukturellen Wandel. Und da gibt es zum Beispiel das die Kanaren, aber ich habe dann auch an den afrikanischen Kontinent gedacht. Ja, ich bin dann so vorgegangen, bin dann zu ChatGPT gegangen, habe gefragt, welches ist das stabilste afrikanische Land mit dem höchsten GDP per capita, das viel Sonnenschein hat, ja, und das ist Botswana. Was kam raus? Botswana. Botswana, okay, nicht gedacht. Botswana, genau. Botswana, wo liegt denn Botswana? Botswana, the hidden gem of Africa, ja, so. You heard it here first. Ja, nördlich von Südafrika, also Südafrika und Ägypten auch noch, auch Botswana, seit Jahren sehr stabile Demokratie, mehr Parteien-System, sehr viel Sonnenschein, noch nicht gut ausgebaute Solarinfrastruktur, kommt aber immer mehr, ja, also die Regierung pusht da langsam so ein bisschen in diese Richtung, dass sie unabhängiger werden von Gas, Kohle, etc. Und da sehe ich eine große Opportunity. Erstmal, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich alles machen, ja, also da könnte man total breit gehen, man kann da von Handel mit Solarmodulen oder Import nach Botswana starten, hin zu Installation, hin zu Infrastruktur irgendwie verbessern. Ich glaube, das Problem ist da halt immer, Stromproduktion ist ja auch irgendwo in staatlicher Hand. und ich glaube, das, was sich am ehesten eignen würde, wäre eine Art, Solar oder Endpal für Botswana zu bauen, also zu sagen, hey, wir sind die Solarinstallateure für den Privathaushalt in Botswana und machen jetzt Copy-Pasten, dieses Geschäftsmodell von Deutschland nach Botswana runter. Was man da noch anschauen müsste, also das ist erstmal so die grobe Idee. Und ich glaube, was man da noch anschauen müsste, ich hatte ja ganz vor vielleicht schon einem Jahr, also vor sehr vielen Folgen, hatte ich die Idee mit diesen Balkonkraftwerken, dass man sagt, hey, anstatt jetzt irgendwie 20.000, 30.000 Euro auszugeben für eine große Solaranlage, was die meisten Leute noch nicht leisten können, vielleicht fängt man in Botswana, weil die vielleicht noch nicht die gleiche Purchasing-Power haben, also die gleiche Kaufkraft haben, wie jetzt Deutschland. Vielleicht fängt man da kleiner an und sagt, wir sind das Endpal oder das Solar, aber für so kleine Balkonkraftwerke, Übergangskraftwerke wie in Südafrika, falls mal der Strom ausfällt, aber eben nicht auf individueller Ebene, sondern wir machen das wirklich mit System. Also wir rollen das groß aus, wir machen cooles Marketing drüber, wir machen das günstig, importieren aus China diese Balkonmodule, gibt noch eine kleine Batterie dazu und vielleicht ist da dann der Pitch auch erstmal unabhängig werden von Stromausfällen, wie das in Südafrika ist. Vielleicht wird das auch in Südafrika funktionieren. Anstatt, dass jeder das irgendwie selber zusammenbasteln muss aus dem Baumarkt, ist das der erste Pitch und dann erst so, kannst du noch Geld sparen und die Umwelt retten und so. Aber ich glaube, wenn man erstmal mit Marketing hier auf die Schiene geht, du wirst unabhängiger vom staatlichen Stromnetz und du hast diese Sicherheit, dass du immer Strom hast, mit einem kleinen Kraftwerk, das preisgünstig ist für zu Hause. Das ist sozusagen die Business-Idee. Also kleinflächige Solaranlagen für Schwellenländer mit einem Endpal oder Solar-like Geschäftsmodell. Angefangen mit Botswana. Alright, also interessant finde ich die Idee, dass man das sozusagen das Reverse-Rocket-Modell sagt und sagt, was funktioniert eigentlich in Deutschland und in westlichen Ländern und ich bringe es woanders hin. Ich war ein bisschen überrascht von Botswana. Ich habe jetzt wenig Infos zu Botswana. Ich glaube, es hat 2,3 Millionen Einwohner, habe ich gerade gesehen. 18.000 Dollar Purchasing Price Index PPP also wie viel also umgerechnet sozusagen 18.000 Dollar Wirtschaftsleistung. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, das ist ganz schön weit weg. Was ist denn mit Saudi-Arabien? Stimmt. Warum nicht da? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Alex, die Idee ist auch sehr in Entwicklung. Ja, ich glaube, dass dann Estate Essentials ist noch ein bisschen besser ausgereift. Klar, stimmt eigentlich so Saudi-Arabien, Emirate, Dubai etc. wäre vielleicht auch eine Option, wobei ich da nicht weiß, ob vielleicht da schon auf lokaler Ebene sehr viel läuft. Also ich höre... Oder Südafrika. Ja, Südafrika wäre auch gut. Ja, wir versuchen natürlich, habe ich eben gesagt. Ja, interessante Idee. Also ich finde, du bist ja wahnsinnig bullisch auf dem Solar-Thema. Ich finde, in einem größeren Kontext finde ich es verrückt, wenn man mal überlegt, wie viel Energie diese... Also was machen wir gerade? Ja, wir... Also schau mal, wenn du jetzt ein Haus baust, dann baust du wahrscheinlich eine Wärmepumpe ein und letztlich heizt du dann aber mit Strom. Ja. Ja, das ist dann zwar im Boden so ein Kabel, was dann irgendwie die Wärme leitet, aber du brauchst Strom, damit das funktioniert. Letztlich heizt du dann auch mit Strom. Also du brauchst viel mehr Strom. Also vielleicht vorher Kohle oder Gas oder Pellets oder so verwendet hast. Und das heißt, wenn wir jetzt unsere heizen komplett mit Strom, dann brauchen wir natürlich viel mehr Strom. Und wenn wir... Und gleichzeitig, wenn du dir mal anschaust, was diese KI-Entwicklung für Strom braucht, für Processing Power, nicht nur an Chips, sondern auch an Strom, dann denkst du dir, Wahnsinn, was da... Wie diese... Und dann noch die Autos, die auch Strom brauchen. Ja, also Transport auch. Ich glaube, wir brauchen einfach gigantisch viel Strom und deshalb finde ich das generell gut. fragt sich natürlich für Deutschland so ein bisschen, wie kommt bei uns der Strom her an einem November-Tag. Da haben wir ein bisschen Angst und Bange. Aber naja, das weiß ich nicht. Speicher. Deshalb, okay. Dann hast du das South Solar. Das ist deine Geschäftsidee? Genau. Okay, super. Also das Endpal für aufstrebende Regionen der Welt, sage ich mal. Genau. Cool. Alright, Samuel, dann haben wir es, glaube ich, wieder im Kasten, oder? Wir haben ziemlich viel besprochen. Ein paar Vorschritte durch die Hardware, durch Elektro in China und am Ende noch Geschäftsideen. Hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, perfekt. Danke. Tschüss, Alex. Mach's gut.